Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 10878 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. In einer globalisierten Welt ist es wichtig, mit Menschen aus verschiedenen Kulturen kommunizieren zu können. In einer globalisierten Welt ist es wichtig, mit Menschen aus verschiedenen Kulturen kommunizieren zu können. Beim Beachvolleyball gebe ich alles. Da macht mir keiner was vor. Ehrlich? Beim Beachvolleyball gebe ich alles. Da macht mir keiner was vor. Ehrlich? Beim Beachvolleyball gebe ich alles. Da macht mir keiner was vor. Ehrlich? Ich bin nicht immer gut drauf. Manchmal habe ich Kopfschmerzen. Das ist nicht gut. Ich bin nicht immer gut drauf. Wir beobachten die Möwen, die geduldig auf dem Geländer sitzen und auf Futter warten. Wir beobachten die Möwen, die geduldig auf dem Geländer sitzen und auf Futter warten. Wir beobachten die Möwen, die geduldig auf dem Geländer sitzen und auf Futter warten. Das Schlafzimmer hat eine angenehme Temperatur. Das ist ideal für einen erholsamen Schlaf. Das Schlafzimmer hat eine angenehme Temperatur. Das ist ideal für einen erholsamen Schlaf. Das Schlafzimmer hat eine angenehme Temperatur. Das ist ideal für einen erholsamen Schlaf. Lasst uns auf unseren Erfolg anstoßen und uns auf die nächsten Wochen freuen. Warum sitzen wir hier auf der Bank? Ich gehe lieber schaukeln. Warum sitzen wir hier auf der Bank? Ich gehe lieber schaukeln. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und dann schau dir das Schlafzimmer. Vielen Dank.